Wir haben eine kleine Griesbräu-Welt, in der wir Hotel, Gastronomie und Brauerei alles in einem haben. Bei uns im Brauhaus, das ist auch unser Hauptlokal, kommt der Gast rein, kann sich bei der Bedienung eins von 117 Bieren bestellen. Unser Bier ist praktisch ein naturtrübes Bier. Das wird nicht filtriert, das wird nicht pasteurisiert. Es wird nur im Griesbräu ausgeschenkt. Also wenn es jemand mit nach Hause nehmen will, kann er es bloß in der Literflasche kaufen. Wir haben eine kleine Theke, wo es bayerische Spezialitäten von der knusprigen Schweinshaxen, Krustenbraten oder schöne Enten gibt. Griesbräu steht in Monau für bayerische Gastlichkeit in allen Facetten. Zum einen hier im Biergarten, drüben im Restaurant oder hier hinter mir in der Schwämme. Das ist wunderbar, es hat eigenes Bier, es hat gute Hotelzimmer und von daher ist es ein Muss, wenn man in Monau ist. Oh, Papa Gischi!